Hallo Fans der Fohlenelf Wenn Sie keine Neuigkeiten von Borussia Mönchengladbach verpassen möchten, sollten Sie sich jetzt für diesen Kanal anmelden, denn wir bringen immer die neuesten Nachrichten aus Gladbach. Nach Informationen von Sportbild und Sky ist Borussia Mönchengladbach an der Verpflichtung von Robin Heck von Arminia Bielefeld interessiert. Der junge talentierte Spieler ist erst 24 Jahre alt und hat einen Vertrag bis 2025, aber Gladbach hat bereits ein konkretes Angebot von 1,5 Millionen Euro für den Spieler abgegeben, während der Zweigligis 2 Millionen fordert. Trotz des Preisunterschieds hat es Gladbach nicht eilig, das Geschäft abzuschließen und ist bereit zu warten. Wenn Arminia Bielefeld absteigt, würde Heck kostenlos zur Verfügung stehen, was für den Verein ein Vorteil sein könnte. Sportdirektor Roland Wirkus und sein Team beobachten die Situation des Spielers genau, der in dieser Saison bereits aufgefallen ist. Haben Sie bereits das Video geliket? Es ist sehr wichtig, um keine Neuigkeiten aus Gladbach zu verpassen, vielen Dank! Weiter geht's! Die Verpflichtung von Robin Heck wäre eine ausgezeichnete Ergänzung für Borussia Mönchengladbach, da der junge Stürmer als eine der größten Hoffnungen des deutschen Fußballs gilt. Mit seinen Fähigkeiten, Geschwindigkeit und raffinierter Technik könnte er erheblich zur Leistung des Teams in der nächsten Saison beitragen. Die Fans von Gladbach warten gespannt auf Neuigkeiten zu diesem vielversprechenden Geschäft. Und was denken Sie, liebe Fans, über eine mögliche Verpflichtung von Robin Heck? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, denn es ist sehr wichtig für die Fohlen. Bleiben Sie auf dem Laufenden für weitere Neuigkeiten!